Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge des Bundesliga-Check-Updates und heute blicken wir auf den FC Augsburg. Möglicherweise eine Mannschaft, die außerhalb der Fankreise nicht ganz so viel Beachtung findet, die aber in diesem Winter im Bundesliga-Check unglaublich interessant ist, denn der FCA ist der Bundesligist, der auf dem Wintertransfermarkt mit Abstand am aktivsten war. Gleich fünf neue Spieler wurden geholt und natürlich blickt man auch deswegen auf den Kader. Wie sieht es aus, wie erfolgreich kann die Rückrunde werden und kann man am Ende erneut den Klassenhalt in der Bundesliga feiern. All das und mehr heute im Bundesliga-Check mit Augsburg. Starten wir aber erstmal mit dem Blick auf die aktuelle Saison, denn dort ist man ja in der Bundesliga mittendrin im Abstiegskampf. Man steht auf Tabellenplatz 15, hat nun nach 16 Spielen 15 Punkte geholt und zum Auftakt in dieses Jahr gab es ja die 3 zu 4 Pleite gegen Borussia Dortmund. Und dort konnte man auch schon ganz gut sehen, dass es möglicherweise mit den Transfers auch in die richtige Richtung gehen kann. Vor allem offensiv konnte man gegen den BVB einiges bieten, auch wenn man wiederum defensiv dort seine Probleme hatte. Somit ist man in der Bundesliga auf jeden Fall gefordert, rein leistungsmäßig sich zu steigern. Im DFB-Pokal gab es das Aus in der zweiten Runde gegen die Bayern. Das kann passieren, sollte jetzt nicht allzu viel Kritik irgendwie geben. Aber man merkt natürlich schon, das Team braucht mit Enrico Maaßen ein bisschen Zeit, um sich eben auch aufeinander einzustimmen. Auch jetzt natürlich durch die Wintertransfers braucht es sicherlich nochmal ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber grundsätzlich hat der FCA meiner Meinung nach einen super interessanten Kader und vor allen Dingen eben auch die Fähigkeit im Klassenheld zu bestehen, auch wenn man aktuell wirklich auch mittendrin ist im Kampf um den Ligaverbleib. Und weil man das natürlich wusste, hat man sich ganz bewusst im Winter für Kaderveränderungen entschieden. Und dort gab es ja wirklich reichlich. Wir haben fünf neue Spieler plus einen Leihrückkehrer mit Sergio Cordova. Und das ist natürlich schon immens an Wintertransfers, die ungewöhnlich ist. Vor allen Dingen, weil man sie auch im Angriff viermal verstärkt hat. Gehen wir die ganzen mal komplett durch. Wir haben mit Dion Belgio jemanden, der ja schon längere Zeit im Fokus der Bundesliga steht. Bedingt dadurch, dass sie Gladbach schon im Sommer wollte, eigentlich auch im Winter haben wollte. Er sich am Ende für Augsburg entschieden hat. Und somit hat man mit ihm auf jeden Fall einen extrem interessanten Stürmerverlichter von Osijek. Ist 20 Jahre jung, physisch unglaublich stark, ein großer Stürmer, aber auch technisch sogar ganz gut. Hat ja drei Millionen Euro Ablöse gekostet. Mit David Colina hat man sich nochmal auf den Außenverteidiger-Positionen flexibler aufgestellt. 22 Jahre jung, auch aus Kroatien. Hat sicherlich das Potenzial, sich zu einem starken Außenverteidiger zu entwickeln. Kann sowohl links- als auch rechtsdefensiv wie offensiv auf den Flügeln agieren. Hat ja 650.000 Euro gekostet. Der älteste Neuzugang, und das sage ich ganz bewusst, um zu verdeutlichen, dass Augsburg auch nochmal vermehrt auf junge Spieler setzt, ist Erwin Cardona mit 25 Jahren. Er ist von Start Brest gekommen, für 500.000 Euro auch ein Mittelstürmer, der aber auch auf den Flügeln spielen kann. Und damit hat man eine weitere flexible Möglichkeit. Sehr interessant finde ich Arne Engels, ein großes Talent aus Belgien. Hat dort zuvor in der zweiten Liga gespielt. Kostet 100.000 Euro an Ablöse Summe, weil sein Vertrag im Sommer eh ausgelaufen wäre. Und da hat man, finde ich, auf jeden Fall einen super Deal gemacht, weil er auch im Mittelfeld alles spielen kann. Unglaublich interessant finde ich auch noch Calvin Yeboah. Der ist nämlich auf Leihbasis gekommen von Genua. Die anderen wurden alle fest verpflichtet. Er ist erstmal als Leihgabe da und ist jemand, der offensiv alles spielen kann. Auch in der Doppelspitze sicherlich mit am besten aufgehoben ist, aber auch den typischen Flügelspieler geben kann. Unglaubliches Tempo, eine starke Physis, ein super Gesamtpaket. Und deswegen finde ich Respekt an den FC Augsburg. Vor allem auch, dass man für knappe 4 Millionen Euro diese 5 Spieler bekommen hat. Das ist schon richtig, richtig stark. Und wie gesagt, Sergio Cordova, nochmal eine weitere Alternative. Seine Laie in die MLS endete ja am Ende des Jahres. In Sachen Abgängen aber dann auch ein bisschen was mit Florian Nierlechner. Den hat sich Hertha BSC ohnehin schon frühzeitig gesichert für den Sommer. Dadurch, dass Augsburg selber sich im Sturm nochmal komplett neu aufgestellt hat, war eben auch der Winterwechsel möglich für 500.000 Euro. Raphael Framberger hat man ja verliehen in die 2. Bundesliga zum SV Sandhausen. Also Augsburg mit Abstand am aktivsten auf dem Wintertransfer, was Neuzugänge angeht. Und ich finde wirklich, das sind richtig, richtig gute und clevere Transfers. Denn natürlich ist klar, das sind junge Spieler, die auch ein bisschen Zeit brauchen, sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Aber es sind eben auch teilweise Spieler, die relativ zügig jetzt auch zu Stammspielern werden. Wir gucken uns die ganze Geschichte mal an. Rein taktisch ist es ja nahezu immer ein 4-4-2 mit Doppel-6. Enrico Maas hat zu Beginn der Saison auch eigentlich immer auf eine Dreierkette gesetzt. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Mit dem 4-4-2 kam dann der Erfolg mit den drei Siegen in Folge. Auch wenn man natürlich in der Bundesliga jetzt auch seit Oktober nicht mehr gewinnen konnte, ist das sicherlich das 4-4-2-System erstmal das, was man eben auch weiterhin ausbauen möchte. Und dort haben wir natürlich im Tor ganz klar Rafa Gigevic als Nummer 1, Kubek als Nummer 2 und dahinter dann noch Klein und Leneis. In der Abwehr wird es dann zum ersten Mal interessant, denn hier haben wir ordentlich Konkurrenzkampf, sowohl innen als auch außen. Für die rechte Seite haben wir zwar nominell nur noch Robert Gummi. Daniel Caligiuri kann das natürlich auch spielen, aber eben auch David Colina. Deswegen habe ich den erstmal hier hingeschrieben. Denn auch auf links haben wir natürlich ein Duell zwischen Iago und Pedersen, was ich auf jeden Fall sehen lassen kann. In Verteidigung ist Rovaleo, der mit den meisten Einsatzzeiten. Das lag aber natürlich auch daran, dass Oxford und Udukay beide Verletzungsprobleme hatten und haben. Udukay ist ja wieder fit, hat die letzten Spiele gemacht. Bauer hat auch sehr, sehr viel gespielt in der Hinrunde. Mal gucken, wer sich dort auf jeden Fall mittelfristig durchsetzen kann. Dann Winter für die Innenverteidigung und Zehnter für die Dingser-Datiger-Position sind da noch zwei weitere Talente. Interessant wird es dann im Mittelfeld bis Angriff, weil dort ist man am flexibelsten aufgestellt. Da kannst du verschiedene Varianten ziehen und wir gehen die ganze Sache mal durch. Denn gegen den BVB hat man ja mit Engels und Rex Bitschei auf der Doppel-Sechs gespielt. Und Arne Meier so ein bisschen als verkappter Spielmacher auf der halbrechten Position, was sicherlich auch erstmal vorstellbar wäre für die kommenden Wochen. Niklas Dorsch ist ja endlich wieder fit. Ich halte sehr viel von ihm drauf, im Fall auch ihm zu, im Laufe der Rückrunde sich den Stammplatz als Sechser zurückzuholen. Groeso hatte den ja in der Hinrunde meistens inne. Über den sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Baumgartlinger und Strobl natürlich hier noch weitere Möglichkeiten. Zudem hat man damit Frederik Jensen noch einen flexiblen offensiven Mittelfeldspieler, der halt in dem System viele verschiedene Positionen spielen kann. Auf der linken Seite hat man ja oftmals Demirovic gesehen. Ruben Vargas kommt dann häufiger mal eher von der Bank. Aber natürlich hat man auch hier noch mit Keb Petkov, mit Hahn, mit Kalijuri und Sarrenren-Basee weitere Möglichkeiten. Das kannst du natürlich auch ganz anders machen und verschieben. Yeboah kann auch Flügelspieler spielen. Berisha auch als verkappter Spielmacher fungieren. Also hier hast du wirklich sehr, sehr viele und flexible Möglichkeiten, was mir sehr gut gefällt. Deswegen Doppelspitze mit Berisha und Bellio ist jetzt auch nicht fest genagelt. Mit Yeboah und Cardona hat man zwei super Möglichkeiten. Demirovic natürlich auch mit Cordova dann auch nochmal einen weiteren. Und deswegen finde ich, ist Augsburgs Kader wirklich unglaublich interessant, weil du wirklich in jedem Mannschaftsteil, wenn denn alle fit sind, echt einen richtig guten Konkurrenzkampf hast. Du hast sehr viele interessante junge Spieler. Wenn man sich jetzt mal die Aufschlung anschaut, wer da alles von jung ist, ist das ja schon wirklich Wahnsinn, auf wie viele Stammpositionen Augsburg wirklich auch auf Talente setzt. Finde ich sehr, sehr interessant diesen Weg, den man nur noch mit Enrico Maaßen so erst recht gehen möchte und den man ja auch an den Transfers nochmal ganz gut erkennen konnte. Und deswegen finde ich, hat diese Mannschaft großes Potenzial. Ich bin sehr gespannt, ob sie das auch in der Rückrunde abrufen wird. Und deswegen ist es auch weiterhin noch möglich, dass der FC Augsburg Transfers tätigt. Ja, man war extrem aktiv, man hat fünf neue Spieler geholt, aber Enrico Maaßen wünscht sich von Stefan Reuter auch noch einen neuen Sechser. Und dort gibt es auch zwei konkrete Namen. Denn hier haben wir Gerüchte um zwei Zweitliga-Kickers, um Tim Breithaupt und um Ron Schallenberg. Denn Maaßen hat schon angekündigt, dass man sich auf der Position umschaut und das womöglich eben auch am ehesten in Deutschland. Und wie man eben jetzt auch häufiger mal gehört hat, ist man vor allen Dingen an Tim Breithaupt interessiert. Ron Schallenberg wäre aber auch eine mögliche Alternative. Bei Tim Breithaupt sind ja ohnehin reichlich Bundesligisten interessiert. Augsburg wurde jetzt wirklich viel genannt, aber auch Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, selbst Leverkusen und Dortmund werden hier gehandelt. Und ich finde, Tim Breithaupt ist mit der interessanteste Zweitliga-Kicker für den Sommertransfermann. Vielleicht sogar schon für den Winter. Karlsruhe hat auf jeden Fall hier noch keinen Druck, ihn zu verkaufen. Denn Breithaupts Vertrag läuft noch bis 2024. Im Sommer wird es dann sicherlich einen Wechsel geben. Breithaupt hat in der zweiten Liga fast keine Sekunde verpasst, ist 1,92 Meter groß, 20 Jahre jung und zeigt schon jetzt in der zweiten Liga wirklich unglaublich starke Leistungen. Also mit ihm würde man meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Ron Schallenberg spielt, finde ich, einen Ticken unauffälliger, wobei er wirklich noch mal wichtige Rolle inne hat, weil er eben dieses wahnsinnige Paderborner Offensivspiel sehr, sehr gut reduzieren kann oder auf jeden Fall grundieren kann, wenn man das so sagen möchte, als alleiniger Sechser im System mit der Dreierkette. Das macht er schon unglaublich stark. Ist dieser Verbindungsspieler, auch Kapitän beim SCP, auch hier mit 24 Jahren noch weiteres Potenzial nach oben und wäre wohl ähnlich wie Breithaupt für eine Summe von 3 bis 4 Millionen Euro zu haben. Bei beiden sind Sommerwechsel wahrscheinlich ja als Winterabgänge, aber natürlich ist das auch am Ende so ein bisschen eine Frage des Preises, denn in der zweiten Liga wirst du auch kein unmoralisches Angebot zwingend ablehnen. Da ist halt die Frage, wie sehr Augsburg ins Risiko geht. Denn Carlos Grueso könnte ja den FCA verlassen. Es gibt Gerüchte um einen MLS-Wechsel nach San Jose und das sieht wohl auch schon sehr, sehr gut aus. Damit könnte im Augsburg dann die Position von Carlos Grueso mit Breithaupt oder Schallenberg neu besetzen. Er hat in der Hinrunde viel gespielt, aber eben weil hier ein Abgang durchaus realistisch scheint, hatte ich ihn wie gesagt noch vorhin bei der Startaufstellung ja nicht mehr als erste Alternative drin. Er ist zwar aktuell auch für Gespräche freigestellt, fehlt auch schon im Trainingslager, sprich werden ihn auch ganz rausnehmen können aus der ersten Elf, aber weil eben die Position dann wahrscheinlich neu besetzt wird, haben wir das jetzt mal so gemacht und hier könnte dann auf jeden Fall auf der 6er Position noch ein bisschen was passieren. In Sachen Gerüchten wurde ja nochmal viel über einen weiteren Flügelspieler diskutiert. Ich denke mal, das ist aktuell kein Thema. Vielleicht für den Sommer sollte von den Erfahrenen noch welche gehen, aber ich denke mal, ansonsten hat Augsburg schon sehr, sehr viel richtig gemacht auf dem Wintertransfermarkt. Die 6er Position könnte auf jeden Fall nochmal interessant werden. Und nun ist natürlich die große Frage, was kann man denn nun vom FC Augsburg erwarten? Von einer Mannschaft, die zu Beginn der Saison große Probleme hatte, dann im September, Oktober drei Spiele hintereinander gewonnen hat, wodurch sie eben vor allem noch die Punkte gesammelt haben und dann in den letzten Spieltagen auch nicht mehr gewinnen konnten. Also es ist wirklich schwierig einzuschätzen, wo Augsburg eigentlich steht. Und ich muss sagen, die Transfers, die begeistern mich wirklich. Also klar, der FCA hat auch einen Investor mit im Gepäck, sprich die haben jetzt auch finanziell vielleicht leichtere Möglichkeiten als andere, aber trotzdem haben sie eben nur 4 Millionen Euro ausgegeben für wirklich unglaublich interessante Spieler. Und vor allen Dingen eben auch junge Spieler, sie ziehen das Konzept so richtig, richtig durch. Aber natürlich ist auch das wiederum eine gewisse Gefahr für den Bundesliga-Abstiegskampf. Denn da brauchst du eben auch eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Reife. Und das könnte vielleicht noch so ein bisschen zur Gefahr werden. Denn Augsburg kennt natürlich den Abstiegskampf, weil sie gefühlt jedes Jahr drinstecken. Auch jetzt stehen sie auf Platz 15, der sicherlich in Ordnung wäre. Aber vor der Saison hat man ja auch schon klar gesagt, ein Mittelfeldplatz ist schon in einer gewissen Art und Weise das Ziel. Man möchte eigentlich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Aber es geht eben auch um die langfristige Entwicklung. Und wenn wir dann über die Langfristigkeit reden, hat Augsburg einen super interessanten Kader mit vielen spannenden jungen Spielern, mit Enrico Maaßen, ein Trainer, der eben auch genau solche entwickeln kann. Und deswegen kann das auf jeden Fall langfristig funktionieren. In dieser Rückrunde sehe ich Augsburg aber schon noch im Abstiegskampf. Und da gilt es eben dann darum, irgendwie die Klasse halten zu können. Denn ich glaube, es wird wirklich eng bis zum Schluss. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben zu Augsburgs Wintertransfers und eben auch dazu, was ihr denkt. Steigt Augsburg ab oder halten sie erneut die Klasse? Im nächsten Video geht es dann schon weiter mit dem Zweitliga-Check. Dort blicken wir auf Hansa Rostock. Ihr könnt auch gerne weitere Mannschaften vorschlagen für die Bundesliga oder auch für die Zweite Liga, die ich mal checken soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal.